Ohne Alkohol, TV-Star Drew fühlt sich freier. Drew Barrymore, 47, spricht über ihre Vergangenheit. Die Schauspielerin steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Mit dem Film E.T., der Außerirdische wurde sie im Alter von sieben Jahren weltberühmt. Doch sie durfte nicht nur die schönen Seiten des Rums erfahren. Bereits als Teenie konsumierte sie große Mengen Alkohol und Marihuana. Seit dreieinhalb Jahren hat sie nun keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, Drew fühlt sich damit viel besser. In ihrem monatlich erscheinenden Magazin namens Drew schilderte sie nun, wie es ihr ohne Alkohol geht. Es hat mir erlaubt, endlich frei von den Schuldgefühlen zu sein, offenbarte Drew Eich. Indem sie dem Alkohol abgeschworen hatte, konnte sie ihren eigenen Teufelskreis brechen. Für ihre Fans hatte sie dann noch eine weitere wichtige Botschaft. Nehmt euch einen Moment, atmet ein und drückt euch mal kurz selbst. Wir versuchen doch alle ihr unser Bestes zu geben. Versuchte sie den Lesern Mut zu machen. Drew betonte abschließend, dass allein das schon ein Grund zum Feiern sei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020